ein grüß gott an meine lieben pfeifenraucher bitte stört euch jetzt nicht an den streifen da das ist so mein hydrogen strahl ich kann das einfach nicht vermeiden ich möchte euch eine super schöne pfeife zeigen von pit rohrbach die ist ohne filter hat eine super schöne maserung leider kann man das nicht so gut erkennen wie sie eigentlich ist von der maserung her geht nicht leider von der weiten auch nicht so auch nicht das licht ist ein bisschen blöd aber man kann es da schon ein bisschen erahnen eine super schöne pfeife die werde ich jetzt mal stopfen und dann genieße ich die mit silbereinlage echte silbereinlage 9 25 noch fast wie neu schade wie gesagt kann man nicht erkennen eine pit rohrbach super super pfeife bis demnächst euer albert der welt schön stopfen dann genieße ich die noch 40